Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu Fable Anniversary, nachdem ich, keine Ahnung, eine Stunde, anderthalb oder 65 Millionen Jahren, keine Ahnung, ich habe ewig geworden, ich habe jetzt die ganze Zeit nach dem einen Buch gesucht, das der Lehrer noch nicht hat und ich, keine Ahnung, ich bin wahrscheinlich, hatte wahrscheinlich mehr Ladebildschirm als Spielzeit oder sonstiges, mir drunter Schädel. Ohne Scheiß, mir drunter Schädel und, boah, ich bin so durch, ich bin so richtig durch gerade, aber ich habe es am Ende dann doch noch gefunden, habe es auch vorher geprüft und habe dann erstmal Nein geklickt, damit es, ja, ihr es auch noch mitkriegt. Es war ganz gut, dass ich das nicht aufgenommen habe, weil, ganz ehrlich, ähm, also nochmal von vorne, wir hatten ja ein paar Bücher abgegeben und danach kam mir nur noch das Zauberbuch und ich bin dann, hab dann, ähm, aufgeben, also ohne Aufzeichnung, ähm, noch ein paar Bücher gesammelt, die auch abgegeben und dann hing ich wirklich eine Stunde dabei, ein Buch zu finden. Ein einziges Buch, ein beschissenes, verficktes Buch. So, und ihr habt das schon mitgekriegt, ihr habt da mitgekriegt, das Spiel ist nicht gerade so klein, vor allem die Ladezeiten, dann diese Laufwege und alles mögliche, das kostet halt Zeit. Und ich habe jetzt wirklich gut eine Stunde, mindestens eine Stunde, nach diesem Buch gesucht. Ich habe im Internet geguckt und alles mögliche, die meisten hatten dieselben Probleme, dass der dann irgendwie mal an einem Buch festhing, also an einem einzigen Satz, weil das eine Buch nicht auftaucht. Ja. Ich habe das Buch, wie gesagt, gefunden und, äh, wir werden es jetzt gemeinsam abgeben. Das letzte Buch, dieser ätzenden Nebensammelaufgabe, ich hasse das. Ah, hallo. Seid ihr gekommen, um das Buch zu stiften, das ich damals erwähnte? Ja, ich stecke es dir quer in den Arsch. Die Tragödie des Schneiders ist das letzte Buch. Und das befindet sich, wenn man nach Nordbowerstone geht, das erste Haus rechts, direkt nach den Toren. Ach, es ist erhebend, wenn ein Held so sehr an Bildung interessiert ist. Mich interessiert die Bildung echt gerade ein Scheißrack. Ich will nur den Scheißsilber entschlüsseln, also her damit. Welch seltsam Land ist, wohin der Wind meinen Körper gebracht, der Himmel es sein muss. Und ich bin wohl tot, denn ich sah das Schiff sinken geschwind. Und von den Wellen spürte ich des Todes fauligen Kuss. Doch still jetzt, wer kommt hier? Wahrlich das Auge täuscht, zu sehen, ich dachte, ein seltsam Ding schleicht beim Wrack am Ufer wie ein Tier. Nun weiß, ich hab mit dem Tod angebandelt. Da in diesem Land kein Engel wandelt. Das heißt Engel, Billy, nicht Egel. Bevor ihr geht, möchte ich euch etwas zeigen. Bei einer unserer Exkursionen entfernte sich der kleine Billy wie immer vom Weg und fand dies. Der letzte Silberschlüssel. Er versuchte es zu verstecken, wie ihr euch denken könnt. Bestimmt habt ihr Verwendung dafür. Ja. Ja, hab ich. Ich hasse dich. Es tut mir so leid, es tut mir so leid für diese Fehlerfolgen. Es tut mir für mich selber so leid, dass ich mir den Scheiß hier angetan habe. Es tut mir einfach leid. Ich hasse solche Sammelaufgaben. Vor allem, wenn du gezwungen bist, Sachen zu sammeln, um etwas zu bekommen, das du für was anderes wiederum brauchst. So was, so was. Boah, so was hasse ich ja wie die Pest. Damals kam mir das gar nicht so, so schlimm vor. Aber heute. Ich denke mal einfach, weil du heute. Nein. Ja. Ich denke mal, ich muss hier einfach frei. Ich denke mal, weil du heute so dermaßen damit zugeschissen wirst. Dass du an jeder Ecke. Boah. Hallo. Ja. Wie läuft hier? so was sagen genau ich denke mal dass ich diese sammelaufgaben heute so sehr hasse weil du an die in jedem spiel damit so zugeschissen wirst dass du gar keinen bock mehr hast die ist die normale story zu spielen oder so und hier ist es wirklich jetzt mir wirklich sehr extrem gefallen wird doch echt erschert ich stand echt kurz davor das spiel heute auszumachen noch das ist noch dieselbe aufnahmesession wie wie ja wie die letzte vier erfolge sind zu blick nur drei in anführungszeichen aber trotzdem so neues schwert das hat sich das gelohnt und jemand und das macht unten jagat und ein robin und unser vier und damit ist müsste ich jetzt nicht alle silberne truhe geöffnet haben die anzeige fehlt auch ich müsste eigentlich ich habe irgendwo eine silberne truhe vergessen oder da kommt schon ernsthaft ich hatte auch im offscreen so ein bisschen nachgeguckt wo ich vielleicht noch eine silberne truhe habe die ich dann auch öffnen kann aber ja scheiße auch mal da habe ich jetzt keinen bock drauf er kommt fickt euch doch bei endlich 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 diese scheiß grafik aussetzt alter fack mich das jetzt ab nee nee sorry da 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 verliere ich echt grad die gliche lust wenn ich noch nicht mal mehr noch nicht mal mehr angezeigt kriege welche silberne wo mir noch eine silberne truhe fehlt ich weiß auch gar nicht wo die silberne truhen alle sind das das ist eine asoziale kacke ich habe von ne da habe ich keinen bock mehr drauf sorry aber per sensing보然 w k k k k k k Ah, ich krieg das kotzen, ey. Hier steht doch nirgends vorbei, wie viele Truhen ich jetzt geöffnet habe oder sowas. Oh, das ist doch so wieder... Das kann doch echt nicht wahr sein. Oh Mann, ey. Da habe ich überhaupt... Da könnte ich so auf den Tisch hauen. Auf so eine Scheiße habe ich keinen Bock mehr. Ganz ehrlich. Nee, komm. Oh. Auch in der letzten... Auch als ich die letzte Zeit mir eine Truhe geöffnet habe, wurde mir nicht angezeigt, wie viele ich jetzt insgesamt geöffnet habe. Liegt das an der Region hier? Oder was? Oh, nee. Sorry, dass ich mich gerade zu aufrege. Aber das kotzt mich so extremst an gerade. Das kann doch nicht wahr sein. Was hatten die Xbox jetzt für ein verficktes Problem, ständig diese Anzeigefehler rauszuhauen? Meine Fresse. Ja, toll. Wo sind jetzt die ganzen silbernen Truhen? Solange kann ich die Dämonentür auch nicht öffnen. Das ist definitiv die letzte Dämonentür. Mann. Es fuckt mich die Kirschen locker auch noch draus. Aber kann niemand diese scheiß Kirsche in meine Luft jagen? Meine Güte. Keine Sau interessiert ist, dass wir 19 Uhr haben. Boah, Arschficken. Gott. Nee, komm. Weißt du was? Nee, komm. An dieser Stelle mache ich einen Ragequid. Ich habe keinen Bock mehr. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Tschö mit Ö. Seid ihr da? Wir haben gehört, was das Orakel sagte. Trefft mich bei Arkons Schrein in der nördlichen Einöde. Ich habe Fortschritte bei den Inschriften gemacht. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Fable Anniversary. Dem einzigen Rollenspiel, das ich mit Leib und Seele spiele. Wohl eher mit Leid und Seele. Warte mal. Ich habe das Mikro ein bisschen umgeändert. Ich hoffe, der Sound ist in Ordnung. Die Tests waren soweit in Ordnung. Jetzt klopfen wir erstmal hier gegen Balsaminer. Ich sehe nichts. Okay, letztlich oder was? Na, kommt. Lässt du eure Freunde umstich oder was? So, direkt zum Einstieg. Ein paar weiße Belforine getötet. Ähm, ja. Dieser Abschnitt hier ist Teil der letzten Aufnahmefolge tatsächlich. Ja, ähm, ich hatte einen kleinen Ausraster. Hä, 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 hä. Habe ich hier am Anfang gehängt. Ähm, ich habe das einfach zusammengeschnitten. Hoffe ich mal. Ja, und dann ging es halt darum, dass ich, äh, ja. Ich muss kurz für mich Revue passieren lassen. Ich habe echt ein paar Tage, wenn, ich glaube sogar über eine Woche, fast zwei Wochen sogar, nicht mehr gespielt tatsächlich. Ja, ich habe einen riesen Aufreger geschoben, weil ich halt, ja, die Truhe nicht gefunden habe. Es ist nicht das Jahr, ob ich die Truhen gefunden habe. Ich habe dann mal hier bei den Erfolgen geguckt. So, Silberschlüssel haben wir definitiv alle. So, hier ist der Erfolg für Silbertruhen. Das Problem ist, dieser Erfolg ist gleichzeitig auch der Erfolg für alle Silbertruhen. Es gibt keinen Erfolg, ob man alle Silbertruhen gefunden hat oder nur eine. So, ich bin dann auch mehrfach die Liste nachgegangen, habe ich auch alle Truhen geguckt, alle Orte und alles mögliche, habe alles versucht nachzugucken und ganz ehrlich, äh, ja. Scheiß drauf. Ich scheiße da jetzt echt drauf. Ich gehe einfach mal davon aus, ich habe alle Truhen gekillt, äh, geöffnet. Und dann würde ich sagen, machen wir auch jetzt direkt mit der Story weiter. Oh. Der Mann, Frau. Komm, das machen wir ja auch noch weg hier. Warte mal, äh. Na komm, wir ja. So. Oh. Und noch einmal, so. Ja, ich, ähm, wir machen uns jetzt auf den Weg. Allerdings, ähm, also wir werden jetzt hier eine Dämonentür noch öffnen. Das Problem ist, wir müssen an dem einen Weg da lang, ne? Ja, Snow Spire, Arkons Schreiner müssen wir hin. Wir müssen aber zu den nördlichen... Aber Snow Spire ist da. Wir müssen zu Necropolis. Ich glaube, wir können da zu Fuß hingehen, ne? Tatsächlich, ich, 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 wir gehen mal, versuchen mal zu Fuß da hinzugehen. Ich würde ja eine Dämonentür öffnen, weil wir haben alle Silberschlüsse. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass wir alle Silbernen Truhen haben. Und ich habe einen Riesenaufreger geschoben. Es tut mir leid, es tut mir so leid. Ich hoffe, dass das Sound in Ordnung ist. Ich habe mein Mikro ein bisschen präpariert. So dass ich, äh, ja. Ja, ich habe mir einen zusätzlichen Pop-Schutz gebastelt. Ey. Naja, komm. Komm, wir gönnen uns mal den Kampf hier. Einfach zum Reinkommen. Bam, bam, ja. Na, komm. Na, komm. Während des Kämpfen werde ich ein bisschen leiser, äh, weniger reden. Also generell nicht reden. Einfach weil, warum? Klar, so, so Geräusche, so. Ja, uuuh. Wird es natürlich geben. Ähm. Will ich da jetzt ehrlich gesagt alle kämpfen? Na, komm, scheiß drauf. Ich dümpel mal in mir vorbei. Entschuldigung. Ich habe einen Termin. Dam, 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 dam. Zauber kann ich ausmachen. Wir gucken dann mal, dass du, du öffnest die eine letzte Dämonentür und dann machen wir uns auf den Weg zum Endspot. Wir haben echt nicht mehr viel vor uns, tatsächlich. Ich hoffe, dass das Sound in Ordnung ist. Ich, 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 ich weiß nicht. Für mich hört sich das ein bisschen anders an. Ich habe, wie gesagt, noch einen alternativen, zusätzlichen Pop-Schutz gebastelt. Ich hoffe, das funktioniert auch so. Ja, komm. Die Grundtote können wir ohne Probleme kämpfen. Oha, ruckel, ruckel. Okay. So. Okay. Ähm, wisst du was? Wovor ich jetzt irgendwas mache, äh, Spiel speichern, äh, nehme ich hier, Snowspire, yes. Okay. Wir haben übrigens schon einen Tag 33 Minuten gespielt. Ich wollte nie eine Dämonentür sein. Dieses ständige Rumhängen und die Rätsel, das ist kein Leben. Nein, das ist definitiv kein Leben. Zumindest keines, was ich haben wollen würde. Wäre ich doch nur als Silberschlüssel-Truhe geboren. Ich liebe diese kleinen Silberschlüssel, so glänzend, so silbern und so... Ja, gut. Das ist ein Ding, das man in ein Loch reinsteckt. Ne, also... Ja. Ich glaube, der Erfinder des Schlüssels und des Schlüssellochs hat wahrscheinlich an was anderes gedacht, als dieser eine Verwendungsstück. Naja, egal. Ich würde alles dafür tun, ein Paar zu besitzen. Gebt ihr mir eure Bitte. Ich lasse euch dann auch durch und zu. Ähm, erstmal nein. Ich würde mich das ausprobieren. Keine Silberschlüssel. Kein Durchgang. Also jede Mumu kann man also mit einem Silberschlüssel öffnen. Okay, alles klar. So, ähm... Und zwar, ich hatte was gesehen. Äh... Und zwar ein Erfolg. Geselligkeit. Ah. Okay, ich probiere mal was aus. Äh, nein. Hier, das war... Ausdrucksmittel. Grundhaltung. Äh... Geselligkeit. Geselligkeit. Hm. Vielleicht mache ich das falsch. Ich habe keine Ahnung. Heimlichkeit? Heimlichkeit haben wir nicht. Okay. Verlettern. Skaloran, Irrworn. Aha. Danke. LMA. Ich wollte nie... Wer... Ich. Keine. Okay. Komisch. Und zwar, ich hatte ein, äh... Ein Erfolg gesehen. Sieht man den hier? Ne, ne? Und zwar ging es darum, dass man eine... Alle Dämonentüren öffnet oder eine Dämonentür zeigt, was man davon hält. Ja. Ah, hier, genau. Sesam, öffne, du... Öffne, du kannst mich mal. Hier, öffnet alle Dämonentüren oder zeigt einer verschlossene Dämonentür, was ihr von ihr haltet. Ich probiere es, deswegen probiere es gerade mal aus. Geselligkeit. Wo war der Mittelfinger? Äh... Verhöhnen, da. Ich weiß nicht, wie lange man das machen muss. Sexy Hirtenpose, Bluetooth-Gebrüll, Grundhaltung. Nein, das war, glaube ich, nicht richtig. Ach, Gegenstände, was will ich denn? Was will ich denn gegenstellen? Ich probiere es gerade mal einfach nochmal aus. Ich glaube, das funktioniert bei der hier tatsächlich gar nicht. Weil die wahrscheinlich nicht, äh... Verhöhnen, wenn ich wüsste, wo ist das LMA? Hier, ne? Da. Ich glaube, das funktioniert bei ihr nicht. Ich wollte weh... Na komm, dann gib mir die Dämonentür, scheiß auf den einen. Hoffentlich lohnt sich das. Ihr habt mir gespeichert. Ja, sehr gut. Gebt eure Schlüssel hier. Das ist ein Schlüsselmoment für ihn. Seid ihr wirklich sicher, dass ihr all eure Silberschlüssel abgeben wollt? Ja, wir haben hoffentlich alle Silbertrunken gefüllt. Zum Not habe ich noch gespeichert. Hm. Zauberhafte Silberschlüssel. Komm zu Daddy. Danke sehr. Ihr dürft durch. That's what she said. Und da ploppt nur das Schwert auf. Cool. Sesam öffne. Ah, okay. Wir haben alle Dämonentür geöffnet. Okay. Aber mit den Silbertrunken gibt es tatsächlich nicht, ne? Bevor wir hier kurz mal reingehen. Warte mal. Wir können hier alle einen sehen. Also hier. Anhänger mit wenig Gesundheit. Heilt ein Anhänger eines Escort... Escortierquests. Nein, nicht so ein Escort... Okay, wie können die Leute heilen? Oh, wusste ich gar nicht. Ups. Esquid. Geht leiser, aber erbarmungslos vor, während ihr als Attentäter gekleidert. Hallo. Ja. Hallo Ubisoft. Hab's der Erfolge wegen getan. Landet als mit Bart und Rotschöpferrücke verkleidete Frau einen Kopfschuss mit der Armbrust. Gut, das geht's eigentlich easy. Äh, es gibt keinen Löffel. Bringt einen Geregner mit Hilfe von Gedankenkontrolle dazu, einen seiner Verbünden zu erledigen. Benutzt einen Zeitaltertrank mit einem Kampfmultipulator von 20 oder mehr. Gut, das können wir nicht mehr. Ruft eine menschliche Kreatur herbei. Buchstäblich bekloppt. Äh, Gefühle mit einer Bratwaffe ausbringen. Äh, Lehrer Heldenpuppen geben. Irgendwas mit Xbox verbinden. Spendet im Tempel 100.000 Gold. Oder bringt die Skormskapelle 10 Menschenopfer dar. Ehrliche Beziehungen bekommt ein Geschenk von eurem Ehepartner. Oder flirtet vor dessen Augen mit einer anderen Verehrerin. Okay. Nehmt 10.000 Gold aus Vermietung ein oder sterbt. Der Held der Zeit für Speis und Bauste und einen Mondfecht bei Tag. Oder eine gelbe Möhre bei Nacht. Okay, das können wir noch ausprobieren. Ihr seid aber ein Zauberer. Das ist auch relevant. Jenseits des Brunsentors. Zeit der mega grausigen Bossbesuch. Okay. Ganz ehrlich. Es gibt keinen für Silberschlüssel. Das ist dieser hier. Und das ist Kacke. Deswegen weiß ich nicht, wieso... Ja, das ist einfach scheiße gemacht. Aber egal. Wir haben jetzt alle Dämonentüren. Wir haben auch hoffentlich alle Silberschlüssel. Truhen. Und dann sehen wir es hin. Was haben wir hier drin? Hoffentlich was Sinnvolles. Der Beräuber. Boah, die ist bloß 55 stärker als unsere aktuelle. Sofort ausrüsten. Boah, Alter. Was hatten die genau für Werte? Habe ich das gar nicht geguckt, tatsächlich. Weil es ist Schande über mich. Sonst gucke ich auch immer. Der Beräuber. Hier. Der Berauber. Flammenverstärkung hat er nur. Können wir die noch mehr verstärken? Ich finde es schön, dass ich wieder diesen... Nein, können wir nicht. Nur eine Flammenverstärkung. Okay. Ist aber nicht schlimm. So, jetzt können wir uns eigentlich auch wieder auf den Weg die Hauptquest machen. Ja. Ob sich das jetzt am Ende gelohnt hat... wage ich mal so ein bisschen zu bezweifeln? Komm, wir probieren ihn mal aus hier. Oh, die ist schwer. Oh, okay. Wieso ist denn das Ding schwer? Pum, wir probieren ihn mal aus hier. Okay, ganz ehrlich. Die Waffe ist mir tatsächlich zu doof. Vor allem, wir haben die höchste Einstelle, also höchste Ausrüstung. Oder Power, was auch immer. Und können einfach, äh, dieses Schwert nicht tragen. Äh, was war es? Äh, hier, Avos Trainer. Ich habe lieber 55 weniger, bin aber schneller unterwegs. Tatsächlich. So, wir können jetzt wieder zurückgehen. WTF? Lol, WTF? Okay. Warte mal, Fertigkeitszeit ertrink. Bei einem Kampf... Nein, falsch. Bei einem Kampfmultiplikator von 20. Das will ich jetzt mal kurz gucken. Das war hier, ne? Ah, nein. 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 Wo war denn das? Nein. Nein. Hier. Benutzt einen Zeitaltertrank mit einem Kampfmultiplikator von 20 oder mehr. Okay. Versuchen wir mal. Probieren wir darüber studieren. Könntest du mal aufhören zu blocken, du Arschloch? Oh, dieses Blockengeber hat gesagt, ne? Alter, hörst du mal auf zu blocken hier? Alter, ich bin ja auf den Piss hier. Oh, ich hasse es blocken, ne? Hey. Okay. Alles ist blocken, ne? Es geht da um Piss hier gerade. Ich seh nix. Okay. So, okay, warte. Gegenstände, äh, Tränke. Tada! Ich mein, wenn schon, denn schon. Nein, das hat sie denn immer noch. Mein Gott. So. Okay, wird das auch erledigt. Entschuldigung, aber das hat sich jetzt gerade so angeboten. Deswegen hab ich das gerade mal eben spontan gemacht und es hat funktioniert. Da ich ja sonst keine Achievements sammle, dachte ich mal, komm, hier für die Achievements, äh, für die Achievement-Fetischisten mach ich das einfach mal ausnahmsweise. Ne? So, jetzt können wir uns aber auch, äh, äh, endgültig, äh, die restliche Story konzentrieren. Allerdings würde ich sagen, das war, okay, okay, okay. Das war das in der nächsten Folge machen. Ähm, ich muss das, den Teil hier jetzt noch, äh, das sind jetzt etwa 16 Minuten, 17 Minuten, den muss ich noch an die vorherigen 10 Minuten da, äh, anschneiden. Und, äh, ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und es tut mir leid, dass ich mich in der letzten Aufnahmerrunde so aufgeregt habe, wegen diesem ganzen Kram. Aber, naja. Ich finde, es gibt Schlimme aus. Irgendwie. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Fable Anniversary wieder. Mach's gut. Bis dahin. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö.